So, machen wir mal die Argento Shell Rockets, 34mm, fangen wir mal an. Also die scheppern, die haben ein richtig geinster Leger. Und die Standzeit, überall noch die Funken. Ich krieg ne Latte. So, lass mal leuchten, Brudi. Leuchten, Brudi. Leuchten, Brudi. Alter. Die nächste. Ich glaub, im Fenster hörst du das. Ja. Die nächste. Ich fliege dir jetzt nicht nach links. Scheiße, Scherz. Es ist nicht scharf. Bis runter. Alter, das fliegt bis runter. Es ist jetzt wieder scharf geworden. Kannst du mal leuchten? Ja. So, ich will nicht, dass das zu den Häusern fliegt. So. Bitte bleibt diesmal scharf. Bitte bleibt diesmal scharf. Alter. Hier fliegt die Funken. Es regnet. Geil. Shell Rockets. Letztes Jahr hol ich mir auch mal die 38er. Boah. Letztes Jahr. Junge. Ah. Es regnet Funken. Es regnet Funken. Leuchten. So ist die letzte Agenda. Shell Rockets. Alter. Junge. Ja. Inshall.